So, jetzt bin ich für euch da. Wie war die Heimfahrt? Die Heimfahrt war kritisch, Digga. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Sekundenschlaf gehabt beim Autofahren, Digga. Das war nicht ganz ohne, wollen wir es mal so sagen. Sehr gefährlich, ja. Wie soll ich sagen? Ich habe wenig geschlafen. Gestern 500 Kilometer, heute 500 Kilometer. Ich fahre gerne lange Strecken. Aber es war so ein Streckenabschnitt. Erstmal war die Autobahn gesperrt. Ich weiß nicht, was da war. Unfall oder so. Ich musste über Dörfer fahren. So, dann bin ich einmal auf die Autobahn aber wieder raufgefahren und war sowieso schon so ein bisschen... Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe mir ein Hörspiel angemacht. Drei Fragezeichen. Und war dreispurige Autobahn. Dreispurige Autobahn. Aber links alle wieder mit 110 gejuckelt. Kein Problem. Dann war es halt so. Bin ich halt gefahren, gefahren. Und dann habe ich langsam gemerkt, oh, irgendwie wärst du ein bisschen müde so. Dann habe ich mir so gedacht, okay, gut, alles entspannt. Du wirst schon nicht einschlafen. Ich habe ja noch nie so Probleme dabei gehabt beim Autofahren und so. Da habe ich angefangen zu merken, ich bin Auto gefahren mit einer Hand Lenkrad. Und da habe ich meinen Arm so, buff, auf die Seitentür und habe mich so abgestützt, weil der Kopf schwer wurde. Dann habe ich gemerkt, dass ich mit einem Auge nur noch Auto gefahren bin. Dann habe ich ja, oha, Fenster runter gemacht. Kurz frische Luft. Habe ich ja, okay, gut. Habe wieder Fenster zugemacht. Bin weitergefahren. Ganz normal. Dann sind die Augen schwer geworden, Digga. Und dann war ich weg. Und dann bin ich mit dem Auto rübergezogen. Und ich habe ja zum Glück, zum Glück habe ich ja die Sicherheitssysteme Spurenassistent und wie der ganze nützliche Kram da heißt. Und da bin ich sofort aufgeschreckt, weil das Auto mich wieder zurück in die Spur gelenkt hat. War sehr knapp. Nee, nein. Also ich will das jetzt nicht runterspielen, das Risiko. Aber durch die ganzen Sicherheitssysteme, die ich im Auto habe, war das jetzt weniger knapp als bei einem Auto ohne Assistenzkram. Ja, und dann habe ich Fenster aufgemacht, bisschen durchgelüftet, Musik kurz an. Dann waren auch nur noch dann 5 Kilometer Autobahnen oder so, das ging dann. Also ich war kurz davor runter zu fahren, aber habe ich noch nie gehabt im Leben, so dass ich Sekundenschlaf hatte. Ja, die Heimfahrt war auch diesmal ein bisschen länger. Ich habe für 500 Kilometer 4 Stunden gebraucht, was immer noch okay ist. Gestern habe ich für die 500 Kilometer 3 Stunden 30 gebraucht, was eine super gute Zeit, also was zügig ist. Zur Not anhalten und ja, also wenn ich noch viele Kilometer auf der Strecke, auf der Uhr gehabt hätte, dann wäre ich auch rechts rangefahren und hätte kurz ein Powernap gemacht. Dadurch, dass ich natürlich durch den Schockmoment ziemlich wach war und ich wusste, ich habe nur noch 5 Kilometer Autobahn, habe ich es jetzt nicht für notwendig gesehen, rechts ranzufahren und noch kurz auf Krampf dann zu schlafen. Vor allen Dingen, weil auch gar keine Raststätte in der Zeit gekommen wäre oder sowas. Und am Seitenstreifen da so mäßig will ich mich auch nicht unbedingt gerne hinstellen, außer im Notfall für eine Panne. Es ist halt auch Standstreifen, genau das war das Richtige. 1000 Kilometer in 24 Stunden ist schon auch anstrengend, ne? So ist es nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war halt aber auch lange wach. Ich war bis um, keine Ahnung, 4 Viertel nach 4 wach. Bin, weiß ich nicht, ich habe eigentlich doch ganz gut geschlafen, bis 11 Uhr gepennt, weiß nicht, keine Ahnung. War auf jeden Fall etwas, wo ich sehr viel Angst vor hatte, habe ich jetzt das erste Mal gehabt. Zum Glück, zum Glück auch dank euch, kann ich mir ein Auto leisten, leasen, Sicherheitsassistenten hat, ne? Ohne Twitch wärst du jetzt tot. Ah, das ist sehr drastisch formuliert, ja. Wieso bist du so lange wach? Ach, ich habe mich noch breitschlagen lassen, da zu der Party zu fahren, zu dieser Party nach dem Event von Rohat, Abu und Breitenberg. Habe mich noch breitschlagen lassen. Ich war erst in dem, weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, Hotel Chemnitz, Chemnitzer Hof oder sowas. Das Hotel war gut, also kein Luxus, also kein Luxus-Luxus-Hotel. Das war okay, also war ein ganz nettes Hotel. Große Zimmer, Betten waren auch okay. Fernseher war okay. Ich will jetzt auch niemanden disrespekten. Ich will, ich sage lieber nicht den Namen, weil ich will auch niemanden verletzen mit den Gefühlen und so. Dann bin ich zu einem anderen Hotel gefahren, auch ein Hotel in Chemnitz, die extrem, eine Bowlingbahn, die haben einen riesen Pool, die haben sehr viel für so, also so zum Spaß haben, eine riesen Bar, Disco und so mäßig. Und da sind alle hin und haben da Aftershow-Party gefeiert. Dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, ich hatte dort auch ein Hotelzimmer. Also ich hatte zwei Hotelzimmer, die Jungs Breitenberg und Abo und Rohat haben ja, weil sie nicht wussten, was ich besser finde, haben ja einfach zwei Zimmer gebucht, was sehr korrekt war. Dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe gesagt, okay, ich fahre da hin und penne dann da. Bin ich rübergefahren da hin, Digga. Da war viel los, da waren viele Leute, viele Leute, die ich mag, waren da. Rewi, Tanzverbot mit seiner Dame. Alena war da, Abo war da, Breitenberg war da. Alle waren so da, wisst ihr. Bin ich in mein Zimmer hochgegangen. Drei Schritte rein und wieder direkt zehn Schritte raus. Also erst mal, und dass das aus meinem Mund kommt, das hat so nach Zigarette da drinnen gerochen. Es hat so gerochen, als wenn da jemand drinnen war, der Kettenraucher war. Es hat so nach Zigarette gerochen. Und das aus meinem Mund, als jemand, der selber jetzt lange geraucht hat, das hat mich schon mal abgetürnt. Und dann war das Zimmer halt einfach so vom Stil her wie eine Jugendherberge. Schau drauf, habe ich mir gedacht. Aber eine Sache ist mir wirklich so, wirklich, auch wenn ich außerhalb penne, wirklich so wichtig und heilig. Weil es einfach, also ein Schlafrhythmusritual ist. Und das ist der Fernseher. Ich muss abends zum Schlafen TV schauen. Medical Detectives. Oder wenn da Netflix, Spotify, Netflix oder Amazon oder so ist, irgendeine Serie so mäßig. Aber ich brauche einen TV, okay? Ich schwöre es euch. Ich labere keine Scheiße, Digga. Der TV war so groß und war, so war ich hier sitze, bestimmt 13, 14 Meter vom Bett entfernt. Das war so ein langes Zimmer. Das war gefühlt wie eine Kegelbahn, Bowlingbahn. Der Fernseher war so weit weg. Der Fernseher war wirklich so weit weg, das hätte ich abends TV enjoyen wollen mit Fernseher sitzen müssen. Meine Augen sind ja auch nicht mehr die besten. Dann habe ich gesagt, nee. Dann fahre ich wieder da zu diesem Chemnitzer Hof oder so, wo ich vorher auch schon geduscht hatte und so. Dann fahre ich da hin und penne da. Also es wäre okay gewesen, so penne. Aber dann hatte ich halt die Option, habe ich gesagt, egal. Dann penne ich im anderen Hotel so und bleibe heute, also bleibe jetzt noch hier so ein bisschen. Ich bin dann runtergegangen. Das war so lustig. Oben war so Party. Die haben getrunken. Revi war da. Kilian, also Tanzverbot war da. Die haben alle ein bisschen was getrunken und Spaß gehabt und haben getanzt. Und im Keller war die Kegelbahn und da war dann die Halal-Gruppe. Die ganzen Südländer, Abu und seine ganzen Kollegen. Da saß dann die Halal-Gruppe. Das war so richtig lustig. Nur schwarzhaarige Ausländer saßen da gefühlt. Das war richtig die Halal-Gruppe, weil da gab es kein Alkohol, keine laute Musik. Und da habe ich mich dann aber auch rein, hinten mit zugesetzt. Abu hatte dann Pizza bestellt, vernünftige Pizza bestellt, so köstlige Pizza, so halt wie man sie kennt. Dann haben wir da gesessen, gelacht. Abu, sein Sohn, war noch auch am Start. Islam, dann habe ich mit dem immer ein bisschen gekämpft und ein bisschen ihn gekitzelt. Habe ihm ein paar Tricks und Kniffe beigebracht und so. Dann saß ich da, keine Ahnung, eine Stunde vielleicht noch. Und dann bin ich irgendwann abgehauen. Also ich wollte abhauen und dann ist es halt auch das. Dann ist es halt auch das. Ich will jetzt keine Namen nennen, so, weil ich niemanden in die Pfanne hauen will. Aber zum Beispiel, als ich rausgegangen bin, sind Kilian, also Tanzverbot, und Lola, seine Freundin, mir entgegengekommen. Und die hat ein bisschen was getrunken. Und die beiden, muss ich wirklich sagen, so Kategorie, wenn sie Alkohol getrunken haben, natürlich gewissen Maß nur. So, sagen wir mal, fünf, sechs Drinks. Richtig korrekt. Nicht so aufdringlich. Versteht ihr, wie ich meine? So, ah, komm mal her und bla. So, richtig korrekt. Ihr kennt das ja auch alle so. Wenn Leute Alkohol getrunken haben, gibt es ja unterschiedliche Stufen. Und da habe ich mich mit denen vor langem unterhalten und wir haben ha-hi gemacht und gelacht und alles cool. Und dann aber auch beim Raus, dann ärmernd habe ich mich dann davon nicht losgelöst, sondern habe gesagt, ey, Kilian, ich will jetzt ins Hotel. Es ist schon gleich, keine Ahnung, drei Uhr oder halb drei oder so. Und dann aber auch beim Rausgehen. Und deswegen meide ich solche Orte auch. Gar nicht, weil ich die Menschen nicht mag. Sondern weil ich den Alkohol nicht mag. Beim Rausgehen, der labert dich voll. Der will eine Umarmung. Der, ey, Monty, ja, Dicke, was geht. Nur was trinken. Deswegen meide ich eigentlich immer eher so eine Orte, weil ich habe kein Problem mit den Menschen. Versteht ihr? Ich habe aber oftmals ein Problem mit dem Alkohol und das, was er aus den Menschen dann macht. Versteht ihr, wie ich meine? Und das kann, ich glaube, das können ganz wenige nachvollziehen, weil die wenigsten von euch, so wie ich, erst mal Alkoholiker sind und seit über zehn Jahren nichts mehr getrunken haben. Aber für mich als trockener Alkoholiker sind da auch sehr viele Trigger-Punkte, wenn ich dann mit diesen Menschen bin oder die mich dann volllabern. Da können die ja gar nichts für, wisst ihr? Das ist ja mein Problem so mäßig. Unterm Strich kann man nur sagen, dass das Event war, zumindestens, ich weiß nicht, wer von euch alles zugeguckt hat, das Event so war, finde ich, ein voller Erfolg. Ich habe jetzt nicht so viel von den Basketballspielen mitbekommen, weil ich die ganze Zeit mit den Leuten geredet habe, mit Rewi ganz viel geredet, mit Willi habe ich viel, oder ein bisschen gequatscht, mit Cody und so, mit Alena. Ich habe mich mehr unterhalten als Spiel geguckt. Aber so zumindestens von vor Ort, der Aufbau, die Organisation, Parkplätze, Getränke, Essen, das sind so viele kleine Faktoren. Ich rede jetzt nicht davon, wie es für euch war als Zuschauer auf Twitch, sondern ich rede, wie es für uns vor Ort war, war es super. Breitenberg überraschend gut moderiert, finde ich auch, ja. Muss ich auch wirklich sagen, Props an Breitenberg, dafür, dass er das das erste Mal gemacht hat, moderiert hat. Hat er es wirklich top gemacht, Digga, fand ich richtig cool. Rating zum Event, 1 bis 10. Oder ich kann dir kein Rating geben, 1 bis 10 vom Event, weil ich ja vor Ort war. Wichtig ist, und das habe ich auch zu Breitenberg gesagt, am Ende ist es wichtig, wie ihr das Event ratet vom Zuschauerfaktor. Wie war es für euch, Basketball zuzuschauen über Twitch, wisst ihr? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Etwas langweilig, 7 von 10, 6 von 10, 7 von 10. Also die Trikot-Auswahl war auf jeden Fall schlecht. Ich glaube auch, dass das Basketball als solches, als Twitch, also nicht unbedingt die spannendste Sportart für ein YouTuber-Turnier, um das zu streamen. Aber ich glaube, für die Leute, die auch Basketball interessiert sind, die haben das gestern schon enjoyed. Fürs erste Event, muss man echt sagen, fürs erste Event war es richtig cool. Und Basketball ist ja sowieso nicht so hart integriert in Deutschland so. Basketball ist eher so, ich will jetzt nicht sagen Nischensport, das auf keinen Fall, aber die Fans und das Publikum für Basketball ist jetzt nicht so krass, wie zum Beispiel in Amerika oder in anderen Ländern. Aber ansonsten, ich habe das Event enjoyed. Ich bin auch froh, hingefahren zu sein. Am Anfang habe ich auch noch so ein bisschen gestruggelt. Und ich muss auch gestehen, einen Tag vorher, also vorgestern, bei der Bundesliga-Konferenz, haben wir ja gegrillt und so. Abends haben wir eine Pizza reingehauen. Alter, als ich gestern Morgen aufgewacht bin, habe ich aber aus dem Acker noch gepisst. Das war echt nicht schön, Mann. Da habe ich erst gedacht, okay, vielleicht so Stress und so. Und dann habe ich auch mir den Darm entleert bis zum Gehtnichtmehr. Und dann war auch okay. Dann bin ich mit dem Auto losgefahren. Und dann habe ich Bauchschmerzen gehabt während der Autofahrt. Und da habe ich schon gedacht, oh nee, Digga. Nicht, dass du jetzt während der Fahrt Bauchschmerzen schiebst, weiter Bauchschmerzen schiebst und irgendwann rechts ranfahren musst, in die Büsche kacken, das ist ja kein Problem, mache ich ja ständig gefühlt. Nicht, dass du dann Breitenberg anrufen musst und ihm sagen musst, ey Diggi, ich bin gerade auf dem Weg, aber ich habe übelst Bauchschmerzen und Durchfall. Und auch wenn ich gewusst hätte, dass ich ja die Wahrheit rede, weil ich wirklich Bauchschmerzen hatte, hätten alle gedacht, vor Ort, Mon hat keinen Bock und sagt Ausrede Bauchschmerzen. Und dann habe ich so, ja, dann habe ich so Nasenbluten geschoben und habe so gehofft, dass die Bauchschmerzen weggehen. Und zum Glück, zum Glück sind die Bauchschmerzen weggegangen. Und ansonsten das Event. Ich sage euch ehrlich, ich fand das Event für mich vor Ort, weil ich fand es richtig cool organisiert. Vielleicht ein bisschen mehr Security noch, auch im Außenbereich. Ich bin einmal nach draußen gegangen, weil ich mein Handy kurz einmal mit der Powerbank aufladen wollte. Und was wollte ich noch machen? Ach, und mit der Fusselbörse wollte ich mich einmal abfusseln, weil irgendwie hatte ich voll viele Fussel an meinem schwarzen T-Shirt und das triggert mich. Ich habe eine Fusselbörse im Auto. Und dann bin ich mit Adam, also mit Skyline, nach draußen gegangen und habe mich draußen mit ihm kurz ein bisschen unterhalten über einige Projekte und so. Und dann sind Zuschauer zu mir gelaufen gekommen, ein paar Erwachsene, aber auch ein paar kleine Kinder so. Keine Ahnung, so zwischen 13 bis 16, 17. Und da habe ich zu denen gesagt, ey Jungs, ist nicht, ihr könnt nicht einfach aufs Grundstück rauflaufen. Wartet ganz kurz so ein bisschen weiter weg. Und wenn ich hier fertig bin mit unterhalten, dann können wir ein Foto machen. Hätte ich auch gemacht. Ich wollte mich aber erst mal mit Adam kurz in Ruhe weiter unterhalten, weil wir mitten im Gespräch waren. Und dann sind aber die Security gekommen und haben die weggeschickt, weil die halt aufs Grundstück raufgelaufen sind. Als ich dann fertig war, das war dämlich. Habe ich dann zu einer Gruppe, die ganz oben an der Straße gewandert, das waren so vier Deutsche, weiß nicht, wie alt waren die, 20 oder so. Habe ich gesagt, komm schnell runter. Habe zu denen gewunken, komm schnell runter. Und während ich mit denen Fotos mache, haben das wohl die andere Gruppe mit den kleinen Kindern oder mit den 14, 15, 16-Jährigen gesehen. Und das waren, keine Ahnung, 15 Leute oder so. Und dann sind die so richtig auf Dreis an der Absperrung bei den Securities, einfach an den Securities vorbeigelaufen. Da waren halt nur zwei Securities. Und sind dann so auf mich zugelaufen gekommen und haben gesagt, oh, das ist ein Foto, Foto. Und dann habe ich gesagt, ist nicht, nein. Die Securities hat euch doch gerade angeschrieben und habt gesagt, ihr sollt wieder zurück. Ihr habt da nicht drauf gehört. Ich mache mit euch kein Foto. Dann gehe ich so zwei Meter weg, so zwei Meter gehe ich weg, dann ruft der eine so, Farid Bang ist sowieso krasser als du. Dann gucke ich so, ich weiß nicht, wie alt war der. Vielleicht war er auch 16, 17, 18, ich weiß nicht. Und dann drehe ich mich so um und sage, hast du ja ein scheiß Problem oder was? Nee, nee, nee. Dann ist mir vielleicht nach ein, zwei Schimpfhörner rausgerutscht. Weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. War ein bisschen angepisst, weil die einfach respektlos waren. Weil ich da so einfach, mir ist das auch egal, ob ich ein erwachsener Mann bin oder nicht. Aber ich muss mir nicht von so kleinen Hosenschattern gefallen lassen, dass sie frech zu mir sind. Ist mir egal. Ist mir auch egal, ob der dann 16 oder 17 ist. Aber dieses in der Gruppe ein auf cool machen und irgendwelche Sachen fronten und dabei mich dann natürlich auch noch filmen. Wisst ihr, das ist ja auch das. Alles für den coolen TikTok-Clip. Öh, Farid Bang ist besser als du. Die Audi aus dem Maul, was weiß ich. Alles für den TikTok-Clip. Ich bin dann kein Affe, der dann so kopf runter und weg geht. Ich habe da keinen Bock drauf. Mich auch egal, ob du 16, 17 bist. Das Alter, klar, wenn das ein kleines Kind ist, das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, wo du auch Respekt zollen solltest, auch vor Älteren und das nicht machst, wenn du korrekt zu mir bist, bin ich auch korrekt zu dir. Aber wenn du unkorrekt zu mir bist, dann bin ich auch unkorrekt zu dir. Ganz einfach. Und dann ist mir egal, ob du 17 bist oder 25 oder 30. Ist mir scheißegal. Wenn du korrekt zu mir bist, bin ich auch korrekt zu dir. Und ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, nur weil ich der Influencer aus dem Internet bin, muss ich mir nicht auf der Nase rumreiten lassen von irgendwelchen halbwüchsigen Idioten. So, wisst ihr, wie ich meine? Die anderen, diese Vierer-Fünfer-Gruppe von den deutschen Jungs da oben, die Security ist zu denen hingegangen, hat gesagt, ey, könnt ihr bitte gehen. Die sind gegangen, haben von oben von der Straße geguckt, haben gewunken, ey Monte, Moin Moin. Und dann habe ich sie runtergewunken, habe gesagt, komm, lass ich dein Foto machen. Oh, danke und korrekt, dann haben wir ein Foto gemacht und dann sind die wieder gegangen. Und die anderen sind aber einfach so, richtig so auf dreist, einfach an den Security, so auf Disrespekt, einfach vorbeigelaufen. Haben gar nicht auf die gehört, haben die so, keine Ahnung, das fand ich nicht in Ordnung. Und ich habe gestern sogar, also Beta-Kevin ist jetzt wieder offiziell Alpha-Kevin, ich habe mich gestern mit Alpha-Kevin nicht ausgesprochen, aber, äh, keine Ahnung. Ich habe ihn gestern wieder entblockt und habe ihm die Hand gegeben. Erst wollte ich durchziehen und ihm kalte Schulter die ganze Zeit zeigen, habe ich auch am Anfang gemacht. Aber auch da wieder, vielleicht kann man es nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, mit wem er, also ich glaube, das war seine Freundin, mit der er da war, gehe ich mal stark von aus. Er war mit seiner Freundin da. Hätte ich den ganzen Abend ihn gedisrespektet, nämlich ihn ignoriert hätte, ihn nicht angeguckt hätte, ihn so mäßig doof angemacht oder so, dann hätte er so, vielleicht kann man es nachvollziehen, vielleicht auch nicht, dann hätte er so vor seiner Freundin vielleicht so wie Idiot ausgesehen, wisst ihr, wie ich meine? Er saß so neben Tanzverbot und ich saß auch neben Tanzverbot, habe mich mit Kilian unterhalten und habe parallel noch Fußball geguckt, am Handy wegen 2. Bundesliga und da hat er sich so, hat er so 2, 3 Mal mich gefragt, oh, wie steht's? Und eigentlich wollte ich dann so ihm gar nicht antworten, weil innerlich ich immer noch ein bisschen so, ein bisschen Kopfschmerzen mit ihm hatte. Aber da habe ich gemerkt, er macht so einen kleinen Stepper, will vielleicht so mal ein Gespräch anfangen oder so und dann wollte ich nicht wie Idiot und Dummkopf dann so, ihm so kalte Schulter oder sagen, ey, lass mich in Ruhe vor seiner Freundin, sowas gehört sich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du mit deiner Freundin neben mir bist oder mit deiner Mutter oder mit deiner Schwester, dann spielt eigentlich keine Rolle, ob ich dich mag oder nicht, dann versuche ich trotzdem sehr korrekt zu dir zu sein und dir Respekt zu geben, weil du mit jemandem bist, der dir wichtig ist und wenn ich dich disrespekte vor dieser Person, die dir wichtig ist, dann disrespekte ich nicht und nicht nur dich, sondern auch gleichzeitig diese Person auch noch. Kann man das verstehen? Deswegen habe ich dann gestern so, es war ganz lustig, er saß dann so zwei Meter von mir weg und dann habe ich so ihn gerufen, so Kevin, er guckt so und dann zeige ich ihm so mein Handy mit seinem Instagram, äh, mit seinem Twitter-Account und dann zeige ich so, dass ich ihn entsperrt habe. Und soll ich euch was sagen, Chad, soll ich euch was sagen am Ende des Tages, auch wenn er und ich vielleicht nicht beste Freunde werden und ich vermutlich für sein Leben keine Bereicherung bin und er vielleicht auch nicht für mein Leben eine Bereicherung, wisst ihr wie ich meine, fühle ich trotzdem so ganz, eine ganz kleine Last einfach, die so weg ist, weil egal ob du mit jemandem Streit machst, der dein Freund ist oder du mit jemandem Streit machst, der nicht dein Freund ist, es ist trotzdem Hass in dir, verstehst du? Stress, Kopfschmerzen, Hass, Negativität und je mehr Negativität aus dir rausbekommst und je mehr Positivität du in dich reinlässt, desto besser fühlst du dich, habe ich das Gefühl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020